In der Einspännerkonkurrenz. There's a new leader in the single competition. It is Arjan Vissers from the Netherlands. In the Marathon, total points 101.88. That are total points after Marathon and Versace 162.05. So, new leader in the single competition. Arjan Vissers from the Netherlands. Und es geht weiter an den Hindernissen. Hindernissen Nr. 7, meine Damen und Herren aus Ramprein. Die CRM ist da, jetzt eben eingefahren mit seinem Gespann. Und auch 5, Nr. 5, Forthaus werden Hindernissen in Niederlande. Marissa Schiening ist da, die sind ein bisschen weiter. Und dann, wenn man nicht voraus muss, die haben, dass es hier ist, die Osthaus. Aufschيد halen.